Musik Wir sind gut angekommen. AIDA Luna liegt auf Rede vor Samana und wir haben heute all unsere Gastkünstler der letzten 14 Tage eingeladen, mit uns zusammen auf die Bacardi-Insel zu fahren. Sogar unser Lektor war als exklusiver Reiseführer mit dabei. Wir sind jetzt auf der schönen Trauminsel Cayo Levantado. Auf dieser schönen Insel sind schon Werbefilme gedreht worden, für die Bacardi-Werbung beispielsweise oder für Klinik unter Palmen. Und selbst Kolumbus, der 1493 hier vorbeigesegelt ist, konnte diese schöne Insel schon bewundern. Wahnsinn, wie viel Energie in der Truppe steckt. Hinter mir AIDA tanzt gegen die jungen Wilden. Und das noch an diesem traumhaften Strand vor dieser Kulisse. Wir sind hier auf der Bacardi-Insel in der Dominikanischen Republik. Super coole Wellen, tolles Wetter, schöne Palmen, tolle Stimmung. Das war heute unser Highlight des Tages. Da fehlen selbst noch Comedien die Worte. Tschüss, auf Wiedersehen, wir sehen uns in Deutschland wieder. Und have a great holiday. Und was gibt's zu essen? Mein Name ist Christoph Brandt und ihr seht quasi das letzte Dessert der jungen Wildenreise auf der AIDA. Als eine fabelhafte Avocado-Kokos-Bananencreme, ein leckeres Kokoseis, ein bisschen Mango-Püree, Erdbeeren und obendrauf ist noch ein bisschen Crumble aus Walnüssen und Datteln.